ja hallo liebe messerfreunde und herzlich willkommen hier zurück auf meinem kanal ja wie er dem anfangs aufbau hier schon entnehmen könnt und dem videotitel sicherlich auch geht es heute mal ja um kurzen abriss über meine kaisermesser die ich im moment am liebsten trage kaiser ja eine marke die mich im letzten jahr gerade wirklich absolut noch mal abgeholt hat aufgrund einiger modelle die da auf den markt gekommen sind ja das ist das ist schon fantastisch was die immer wieder raushauen da fragt man sich dann auch ja das wie geht das so schnell so rasant also gefühlt kommt da kommen da im monat vier fünf sechs neue modelle auf den markt das ist schon echt klasse und was mir bei kaiser wirklich besonders gut gefällt ist dass sie zu ich sag mal vielen modellen längst nicht allen aber zu vielen modellen eine budget version haben dass sie eine version haben die so im mit range bereich liegt und dass sie auch immer so ein zwei hochwertige versionen von vielen modellen haben dass das ist eine coole sache da kann man dann wirklich immer mal schauen okay reicht mir die budget version oder will ich dann doch lieber die luxus version mit titan und pm stahl das ist eine coole sache und wie gesagt viele tolle designs auch namenhafte designer darunter von modellen die kaiser aufgelegt hat ja und ich wollte euch mal meine zehn liebsten modelle von kaiser zeigen die ich ja ich sag mal im letzten jahr und auch aktuell am liebsten trage ich habe das versucht so in zwei kategorien einzuteilen was gar nicht so einfach war nämlich einmal kaiser messer die unter 100 euro liegen und kaiser messer die halt über 100 euro liegen und schwer deswegen weil die preise bei kaiser je nachdem wo ihr die messer kauft schon sehr variieren es gibt shops da sind die selbst die modelle aus der vanguard serie wirklich schon relativ kostenintensiv kauft ihr zum beispiel bei knife stock zum beispiel oder auch teilweise bei knives und tools da kriegt ihr knives und tools blödsinn bei bei knife da kriegt ihr die dann doch schon für deutlich weniger geld ich kaufe die meisten meiner kaiser messer tatsächlich bei knife stock de das ist ein shop aus der slowakei ja die haben einfach klasse preise und die lieferzeiten trotz ausland sind wirklich sehr human drei bis vier werktage dhl ist der zulieferer also wirklich alles super ja und bevor ich hier lange quatsch und noch immer kein messer gezeigt habe fange ich einfach mal mit den modellen an die unter 100 euro liegen die ich am liebsten bei mir trage da wäre zum einen dieses wunderbare stück hier das kaiser pp y das hatte ich auch schon mal eine einzelvorstellung vorgestellt vor schon einiger zeit das ist einfach ein toller kompakter folder mit einer richtig richtig klasse action ja also da müsst ihr die finger schön wegnehmen diese klinge die fällt wirklich zurück ins heft wirklich ein klasse teil hier mit zweifarbigen mikata hier im bolster angedeutet und dann im griff noch mal eine andere farbe der kaiser typische 154 cm klasse versenkte schrauben und hier liegen wir in einem preisbereich zwischen ich sag mal 50 und 70 euro je nachdem wo ihr das kauft ja das pp y ein absolut tolles teil wie gesagt kompakt sehr schneidfreudig das ganze wirklich wirklich ein tolles modell das kaiser toser k übrigens hiervon gibt es auch inzwischen schon also vom pp y eine premium version mit ich glaube s35 vn stahl und titangriff schalen auch eine coole nummer ich glaube es ist titan oder ist es messing und müsst ihr müsst ihr mal das netz durchsuchen also davon auf jeden fall schon eine premium version genauso wie von diesem wunderbaren stück hier vom toser k das gibt es jetzt gibt es in verschiedenen g10 varianten inzwischen und auch in einer version mit fat carbon scales und ich glaube l max stahl also wirklich ein ganz klasse teil und auch hier die action wirklich absolut super das toser k klasse klasse messer ich habe jetzt hier die mikata version gibt es auch wie gesagt in g10 ich glaube auch in einer version mit diesem papier mikata wie nennt kaiser das komme ich gleich noch drauf ja wie sagt viele versionen dass jetzt hier die mit mikata 154 cm stahl glaube ich zumindest kann nämlich auch irren nein es ist 154 cm der hauseigene super allround stahl den kaiser bei vielen seiner günstigeren messer benutzt ja das toser k hier in dieser version auch so ungefähr um die 60 70 euro klasse messer gleiches gilt für dieses modell hier das ist das feist mini hier in einer besonderen version mit cpm 4v das ganze gibt es auch in 154 cm und mikata das jetzt hier die 8 rich light heißt es dankeschön jetzt habe ich es hier mit dem roten rich light das hatte ich auch schon mal eine einzelvorstellung vorgestellt wirklich ein klasse klasse teil gibt es auch in vielen versionen mit dieser mikata 154 cm stahl auch mit einer in der version einer größeren also das nennt sich dann feist xl also das hier wirklich schon sehr sehr kleines messer kompakt bis klein nenne ich das jetzt mal aber sehr sehr tauglich das ganze auch hier eine super action hat ihren front flipper liner lock verriegelt die carry pocket clip schrauben versenkt clip versenkt klasse sache auch hier beim toser k übrigens ihr seht es hier der clip ist ja doppelt positionierbar auf der rechten und der linken trage position ihr seht ihr habt hier drei löcher sie ihr könnt den deep carry machen und wie ich hier wirklich deep deep carry ich könnte den auch wieder ein stück nach vorne versetzen dann ist er halt nicht ganz so deep carry das auch eine tolle lösung die kaiser sich hier bei dem modell hat einfallen lassen schrauben versenkt also ganz viel richtig gemacht ja das feist mini das dritte das vierte modell das hat mich im letzten jahr richtig abgeholt da hat kaiser wirklich einen ganz tollen job gemacht das kaiser hyper aktuell bei knifestock zum beispiel noch zu beziehen für ich glaube 84 euro also absolut klasse preis wir haben hier in s35 vn stahl button lock verriegelt das ganze aluminium griff schalen die im baukasten prinzip zusammengesetzt sind die kann man untereinander wechseln diese das ober und unterteil genauso auf der anderen seite gibt inzwischen auch verschiedene farben dafür klasse klasse sache wunderbar weiche action über den daumen pin zu öffnen oder über den button lock selbst also das auch ein absolut gelungenes modell und wie gesagt das hat mich im letzten jahr wirklich richtig begeistert dieses teil gibt es inzwischen auch in einer premium version obwohl das hier schon eigentlich schon alleine durch den stahl ziemlich premium ist aber das gibt es zum beispiel auch in titan und elmax stahl von kaiser so und das fünfte und letzte aus denen ich sage mal budget freundlicheren versionen ja ein alter bekannter das kaiser sheepdog das gibt es in so vielen versionen inzwischen als xl als mini als normal als 42a konform als liner lock als button lock als crossbar lock kaiser nennen dann klatsch lock das jetzt hier die non flipper version des normal großen sheepdog button lock verriegelt in dem fall super action das ganze mit mikata griff schalen wirklich ein tolles tolles modell absolut tolle action deep carry pocket clip schrauben versenkt clip versenkt clip umsetzbar auch hier ganz viel richtig gemacht also dieses modell das ist wirklich eins das habe ich tatsächlich auch mit am liebsten dabei auch wenn es ein bisschen groß ist obwohl es noch nicht dass xl ist es ist ein absolut tolles tolles messer ja das waren die fünf varianten unter 100 euro teilweise sogar wirklich noch im budget bereich die ich zurzeit am liebsten trage ihr seht schon recht viel mikata dabei ist einfach ein toller werkstoff und ja trotzdem habt ihr zum beispiel wie ihr seht zwei messer mit pm stehlen dabei und wir bewegen uns da in einem preisrahmen von ja 70 80 90 euro also das schon auch eine ansage muss ich sagen da hat kaiser wirklich ordentlich was auf den markt geschmissen ja und wenn euch der zweite teil interessiert wo ich euch die modelle vorstelle die dann doch ein bisschen kostenintensiver sind die ich gerne von kaiser im moment trage ja dann bleibt doch einfach dann und wir sind zurück mit dem zweiten teil und ihr seht das erste modell liegt hier schon das kaiser original xl hier in der titan version mit dem frag pattern gibt es inzwischen auch in ganz vielen versionen mit geschwärzter klinge mit einem schwarzen titan mit fat carbon scales mit g10 scales also auch da ist die bandbreite bei diesem modell wirklich sehr sehr mannigfaltig bei kaiser ja das jetzt wie gesagt die frag pattern titan version s35 vn stahl ein ganz tolles messer schöne größe nicht zu groß ich will es nicht unbedingt kompakt nennen aber es ist auch noch kein großes messer also medium sized knife ist es eher dann sehr taugliches messer schön fein ausgeschliffen eine sehr universelle klingen form der clip im gleichen pattern wie die scales wirklich schön gemacht button lock verriegelt das ganze ja und hier liegen wir je nach anbieter so zwischen 130 und 150 euro das ist das messer auf jeden fall wert das original xl ja kommen wir zum nächsten modell das ein bisschen ölig das hatte ich vor einiger zeit mal ein bisschen auseinander genommen da ist mir ein bisschen dreck reingekommen das kaiser mini critical oder critical mini hier in der version mit cbm 3v stahl ja durch die reverse tanto klinge mit einer sehr geraden schneide ein tolles messer für ziehende schnitte über den flipper zu öffnen sehr schöne action das ganze mit carbon fiber scales und hier diesen akzenten noch mit dem backspacer und der dem ring um die klingen achse hier im gleichen farbton auch das gibt es in vielen vielen versionen inzwischen auch hier die carry pocket clip schrauben versenkt gefällt mir sehr sehr gut dieses modell ich hatte überlegt mir das letztens da gab es das bei knifestock nämlich im sale da gab es die version mit mikata griffsschalen und 3v klinge im in mattiertem finish für ich glaube knapp über 50 euro habe ich dann zu lange gezögert als ich mich dann entschlossen habe mir das ding zu holen war es dann leider schon ausverkauft und jetzt ist die wartezeit wieder acht bis zwölf wochen und ich bezweifle dass es dann wenn es wieder da ist dass es dann immer noch zu dem preis angeboten wird ja ein bisschen schade aber ich habe die version hier mit der geschwärzten klinge und den carbon fiber scales auch die sehr tauglich kompaktes messer gut verarbeitet tolle features auch der stahl absolut toll ja und preislich liegen wir hier so ja manchmal knapp unter 100 euro manchmal knapp drüber je nachdem wo er das halt bezieht das nächste das hatte ich vor kurzem auch in der einzelvorstellung vorgestellt das kaiser clairvariant in der premium ausführung mit s 35 vn stahl titan bolstern und einem schönen carbon fiber griff auch dieses messer hier button lock verriegelt sehr schön verarbeitet titan clip paul monco design sehr schöne klinge im jatagan style also wirklich das auch ein tolles messer ja preislich liegen wir hier auch je nach anbieter da sind wir dann schon ein bisschen höher so bei 160 170 teilweise auch sogar über 200 euro habe ich es schon im netz gefunden glaube bei knifestock liegt das aktuell irgendwo so bei 160 euro 150 60 irgendwie sowas in dem dreh aber auch wirklich jeden cent wert das wirklich ein tolles design sehr funktional dieses messer und einfach finde ich zumindest wirklich auch ein schönes messer gleiches gilt für ja ich nenne es mal den großen bruder des clairvariant auch das ein paul monco design das kaiser mystic das besondere an diesem modell hier es hat eine klinge aus rex 45 stahl ein stahl den kaiser ja ich bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube bei diesem modell hier zum ersten mal serienmäßig verwendet hat ja ein recht seltener stahl spider co benutzt den ab und zu für seine messer ja das auch ein grund warum ich mir dieses messer geholt habe und natürlich dieses tolle design hier von paul monco mit auch hier den titan backen man sieht es dass das aus der gleichen feder kommt schönes micarta sehr rasante klingeln bolster lock harpoon style drop point hybrid mix wirklich sehr schön der clip sehr schön hier stimmt auch ganz 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 viel bei diesem modell und die action die ist einfach brillant also die fällt wirklich das ist eine richtige guillotine das mystic müsst ihr wirklich aufpassen hier wäre vielleicht ein button lock ganz cool gewesen weil das ist schon da muss man ein bisschen übung haben ein bisschen vorsichtig mit sein preislich liegen wir hier dann auch schon deutlich höher ich glaube die uvp von kaiser liegt so bei 230 240 euro ja ich hatte das mal deutlich günstiger bekommen bei dem shop den ich hier schon ganz häufig erwähnt habe im moment ja weder lieferbar noch bestellbar weiß auch nicht ob das noch mal bei knife stock in das sortiment kommt wahrscheinlich ein recht seltenes modell und nicht so häufig produziert von daher wohl auch schwer zu bekommen ja und das fünfte und letzte eins meiner lieblinge jetzt gar nicht mal weil es jetzt so super alltagstauglich ist aber ich mag das design einfach ich mag die form sprache dieses messers ist von einem ganz besonderen designer es handelt sich um das kaiser megatherium ein elijah eischem design ein richtiger brecher absolut tolles messer ich mag das ding ja ihr seht schon das ist wirklich ein richtiger klopper ich nehme mir die anderen mal kurz ein bisschen aus dem bild das mystic ja auch ein großes messer und wenn ich die hier mal so ein bisschen vergleiche miteinander dann seht ihr schon von der gesamtlänge sind wir ja ähnlich aber alleine die hohe klinge der geschwungene griff also die eischem designs die sind natürlich haben eine ganz besondere form sprache und das lässt das ganze noch mal bulliger erscheinen und und brachialer aussehen ja ein ganz tolles messer hier in der version mit den black stonewash titan griffschalen haben eine klinge aus s 35 vn auch die im black stonewash titan frame lock modell einfach ein absolut tolles gelungenes messer hier habt ihr noch mal das den modellnamen megatherium und das logo vom designer von elijah eischem der ja leider nicht mehr unter uns weil das auch aus dem gründen ganz besonderes messer für mich weil die designs von ihm die sind halt sehr speziell ich mag die und tatsächlich das megatherium hat mich schon immer sehr gereizt aber es halten sehr kostenintensives messer die uvp liegt hier glaube ich bei 320 euro von kaiser ich habe es und ich erwähne es noch mal ich werde das video auch mit werbung marken ich habe es bei knifestock gekauft die haben das die hatten das immer mal wieder im sale ob es im moment im sale ist weiß ich nicht ich habe das teil im sale gekauft vor einiger zeit für und jetzt haltet euch fest für 130 euro und dafür ein messer dieser verarbeitungs qualität mit diesen materialien unten design von elijah eischem das ist ein absoluter kracher ich schaue mal wenn ich dieses video dann bearbeitet habe und online stelle ob da der bezug noch in dem falle angebots mäßig da ist und verlinke euch das dann gerne in der video beschreibung einige andere gucke ich dass ich die auch verlinke das wirklich für 130 euro da musste ich auch überhaupt nicht überlegen also da war klar für den preis schlage ich da auf jeden fall zu es war immer wieder mal im sale dann war es mal wieder für den original preis da dann mal so knapp über 200 euro und ich hatte immer überlegt und jedes mal wenn ich dann so weit war dann war es eben nicht mehr im sale ja und vor einiger zeit vier fünf wochen glaube ich sechs wochen her da hatte ich dann zugeschlagen und ich habe das tatsächlich auch jeden tag mit dabei in der extra pouchen der das geliefert wird aber gar nicht so viel dazu kommt auf jeden fall noch mal eine extra vorstellung ja das megatherium absolut tolles teil ja dass die fünf ich nenne sie mal hochwertigeren bis hochwertigen kaiser modelle die ich in der letzten zeit sehr gerne und viel mit mir trage ja noch mal eine kurze erklärung das hatten mich letztens auch zuschauer gefragt beziehungsweise mehr in die kommentare geschrieben wie ich denn die messer alle tragen kann das sind so viele ja tatsächlich ich trage immer mindestens drei manchmal sogar vier messer bei mir ich habe ein worker meistens dabei ich habe ein 42a konformes messer dabei und zwei meistens zwei einhandmesser ein großes und ein ich sag mal eher mittelgroßes bis kompaktes je nachdem wo ich bin was ich gerade mache ja habe ich tatsächlich immer mehrere messer dabei nicht nur eins nicht nur zwei drei oder vier ja soviel noch mal zu dieser sache und dann sind wir auch durch und ja über einen daumen nach oben freue ich mich natürlich über einen kommentar freue ich mich über ein abo freue ich mich ich freue mich über alles und dann bleibt mir nichts weiter zu sagen als vielen vielen dank fürs reinschauen und tschüss bis zum nächsten mal